Nach den Vorfällen in der Silvester, nach den Köln, haben sich Medien, Politiker, Polizei, Verbände, eigentlich wir alle, überschlagen mit Vorwürfen und mit Angriffen. Ja, das hat uns nicht wirklich weitergebracht, meinen wir. Vielleicht hilft ein Blick in die Kindheit der Männer, die da gewalttätig geworden sind. Schlägt Sanna Ramadani vor. Sie ist Deutsche, CDU-Politikerin. Bekannt geworden ist sie als Femenaktivistin und sie hat muslimische Wurzeln. Ihre Eltern kamen als Asylbewerber aus Mazedonien. Jetzt mischt sie sich ein in die aktuelle Debatte mit einem neuen Fokus auf die Frauen, die spätere Machos großziehen. Die Mütter spielen in der islamischen Erziehung eine enorm große Rolle. Gerade in den islamischen Kulturkreisen ist es so, dass die Haupterziehung die Mutter übernimmt. Und die Mütter geben natürlich diese Werte weiter, diese Ungleichheit zwischen Mann und Frau weiter. Und Töchtern wird beigebracht, dass sie keusch sein sollen, dass sie als Jungfrauen in die Ehe gehen sollen, dass sie sich hüben müssen, dass sie alles ertragen müssen. Und die Jungs werden als Prinzen erzogen. Sie dürfen alles. Es ist immer alles richtig, was sie tun. Als Muslima kritisiert sie eine konservative Auslegung des Islam, dass Religion immer wieder missbraucht werde. Gefragt seien jetzt liberale Muslime, um etwas zu verändern. Diese Strukturen können nur von innen heraus durchbrochen werden. Da sind wir, in Anführungsstrichen, liberale Muslime gefragt. Und auch wichtig, dass wir kritisieren und diese Problematiken immer wieder aufzeigen. Und dass wir unsere Community immer wieder darauf hinweisen und sagen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Ihr seid gefragt. Nur dann können wir uns vernünftig integrieren. Ein muslimischer Mann, der in dieser Community aufgewachsen ist und selbst sich irgendwie nicht befreit oder selbst sich nicht integriert oder weltoffen zeigt. Natürlich wird er zu irgendeinem Macho. Es ist doch selbstverständlich, er ist ja so sozialisiert. Also vom Prinzip her nehme ich es Ihnen noch nicht mal so übel, wenn ein Jugendlicher so redet. Aber als Erwachsener hat er irgendwann die Möglichkeit, sich selber zu emanzipieren. Gegen patriarchale Strukturen kämpft sie schon lange, nicht nur im islamischen Kulturkreis. Bekannt wurde Sana als Femenaktivistin. Provokation, ihr Mittel für ihre Themen Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Oben-Oben-Protest sorgt für viele Konsequenzen. Es ist einfach so. Jeder hat natürlich Berührungsängste. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich irgendwo im Playboy nur abgedruckt gewesen wäre und nicht so politisch mit meiner Nacktheit umgegangen wäre. Über das Netz lernt Sana Femen kennen, will die Gruppe zunächst nur unterstützen, baut sie dann aber in Deutschland mit auf. Zu der Zeit lebt sie noch in der Provinz im Siegerland. Zu den Aktionen reist sie an. Bei der ersten Aktion, wo wir Femen eigentlich gegründet haben, da hatten wir uns ja bemalt. Also ich selber war noch nicht barbusig. Ich war ja da parteipolitisch aktiv und ich bin ja, ich wollte ja einfach nur eine Aktion machen. Aber sich so auf der Straße zeigen, war für mich sehr schwierig und hat mich sehr viel Überwindung gekostet, obwohl ich nicht barbusig war. Ja, und dann haben wir es einfach durchgezogen. Und danach waren wir voller Adrenalin und es war verrückt. Aber es hat auch gut getan, das einfach zu tun, etwas zu tun. Ihr Engagement bei Femen, der oben ohne Protest, sorgt für Dorftratsch und Probleme in ihrem Umfeld. Sie riskiert viel. Den Job in einer Kanzlei verliert sie, ihre Ehe zerbricht. Sie geht nach Hamburg, um ihren Mitstreiterinnen näher zu sein. Ihr altes Leben lässt sie hinter sich. Ein Jahr nach ihrem Umzug trennt sie sich wieder von Femen, geht nach Berlin. Ihr Ziel, politisch inhaltlich arbeiten, etwas erreichen, sich weiterentwickeln. Mein heutiger Aktivismus nach Femen, seit ich ausgestiegen bin, geht eher ins Konservative wieder zurück. Ich bin älter geworden, konservativ war ich ja immer schon. Nicht strukturkonservativ, aber wertekonservativ. Das verstehen auch viele falsch. Und zwar geht es mehr darum, dass man mehr Netzwerk, mehr anders politisch arbeitet. Also ich halte Workshops, ich halte Vorträge. Und da ist eine Aktion oder eine Barbusigkeit halt einfach nicht nötig. Was mich am meisten umtreibt und was mir wichtig ist, ist Freiheit und Menschenrechte. Und frei leben zu dürfen, frei handeln zu dürfen, die Freiheit zu haben, alles sagen zu dürfen. Und egal, ob man Mann oder Frau ist oder ob man homo- oder heterosexuell ist, das ist so mein persönlicher Kampf. Und dafür darf man halt nicht beurteilt oder verurteilt werden. Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Es sagt eigentlich alles aus. Wenn jeder auch nur ein bisschen was tun würde, gäbe es nicht mehr so viel Leid. Deswegen habe ich auch so den Drang danach, irgendwie laut zu sein. Es gibt so viele Sachen, wo man sich engagieren muss und ich das selber auch tue. Sei es halt in der Flüchtlingspolitik, sei es, dass ich wirklich mit anpacke. An Kleiderkammern mit anpacke und an Flüchtlinge Klamotten austeile oder halt Übersätze. Wir sind 1991 selber als Asylanten hergekommen, als der Balkankrieg war. Mit ihrer Familie kommt sie von Skopje in Mazedonien ins Siegerland. Da ist sie sieben Jahre alt. Schon von klein auf lässt sie sich nichts gefallen. Rebelliert, will so frei leben wie ihre Freundinnen in der neuen Heimat. Also ich bin ja in einer muslimischen Familie aufgewachsen, reingeboren worden. Ich habe mich schon als Kind von klein auf immer dagegen aufgelehnt. Ich konnte das nicht akzeptieren, wenn ich gesehen habe, dass mein Großvater meine Oma geschlagen hat. Und da habe ich mich provokativ vor sie gestellt. Oder wenn meine Mutter gesagt hat, Mädchen dürfen das nicht, du darfst jetzt nicht draußen spielen. In der Pubertät war es natürlich besonders schlimm. Ich durfte nicht aus, ich durfte die einfachsten Sachen nicht machen. Wenn ich fünf Minuten zu spät von der Schule gekommen bin, dann hieß es, ich hatte irgendwas Unreines getan, irgendwas Schlimmes getan. Obwohl ich einfach auf dem Weg, auf dem Schulweg mit Freunden getrödelt habe. Die Situation in der Familie eskaliert. Sie fühlt sich bedroht. Mit 18 flieht sie ins Frauenhaus. Angetrieben von ihrem Widerstandsgeist. Damals schon irgendwie feministisch. Sana macht eine Ausbildung als Notars- und Anwaltsfachangestellte. Wird in der CDU aktiv und Vorsitzende der Jungen Union in Willensdorf. Sie baut sich ihr Leben auf, engagiert sich. Sich so aufzureiben bedeutet auch immer wieder mal düstere Stunden. Es gibt sehr viele Situationen eigentlich, in denen es mir nicht so gut geht. Da sehen halt viele nur nicht. Die sehen halt immer diese Power-Person, diese Energiegeladene, die immer unterwegs und in Action ist. Und an der einfach alles so abprallt. Aber es gibt sehr viele Situationen, wo ich dann abends wirklich oder nachmittags hier sitze, verzweifelt bin und wo ich mich gar nicht stark fühle. Aber Kleinkriegen lässt sie sich nicht. Missstände aufzeigen, sich einsetzen und Diskussionen anstoßen, da bleibt sie unermüdlich. Ich zeige auch auf oder versuche aufzuzeigen, dass nicht nur Männer in allem schuld sind, sondern Frauen auch einen sehr großen Teil dazu beitragen, dass patriarchalische Strukturen aufrechterhalten werden. Und diese Moral und diese Werte auch genauso weitergeben. Weil das zeigt mir meine eigene Geschichte. Alles, was mir wirklich Schlechtes in meinem Leben widerfahren ist, die Gewalt, die Werte, die Moral, der Zwang, die Unterdrückung, die kam nie von meinem Vater. Nie. Nicht ein einziges Mal. Die kam immer von der Seite von meiner Mutter. Pläne hat sie viele. Sie möchte Aufklärungsarbeit in Schulen leisten. Schon Jugendliche für politische Themen sensibilisieren. Ansonsten werde ich meine parteipolitische Arbeit mehr vorantreiben. Das ist so meine Hoffnung, weil aktiv an die Gesetze kann man nur über Parteiarbeit. Und auch wirklich dann was ändern. Und persönlich würde ich sagen, hoffe ich, dass ich doch irgendwann nicht mit 20 Hunden alleine ende. Und dass man natürlich was ganz Normales hat. Also eine ganz normale Beziehung, eine ganz normale Familie. Eigentlich nichts anderes als sich das auch jeder andere wünscht. Ja, 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 ja.